Herzlich willkommen zurück zu... Alter, jetzt seh ich den Kopf gerade erst. Shoot Many Robots. Ja, da sind wir. Und weiter geht's. Ja, ich bin sehr patriotisch eingestellt. Roboter-Kopf und Ami-Waffe. Das Ding ist einfach, er hat schon weitergespielt. Und hat schon ein paar Sachen freigeschaltet. Und ein paar Level mehr bekommen. Ein paar... 33. Ich häng da so ein bisschen zurück. Also, das war doppelt so viel wie du. Ja, richtig. So. Wie geht's dir? Ist das denn für ein Level? Waren wir hier noch nicht? Nö. Okay. Wie gesagt, du hast schon ein bisschen weitergespielt als ich. Ja, ich weiß. Ich hab ein, zwei Welten weiter oder so. Haha, ein, zwei Welten. Ne Tür, ne Tür. Ah, da kommt Gegner raus. Ja, klar. Da geht's jetzt gleich rein. Kamera verändert sich da ein bisschen. Wirst du schon sehen. Der Herr kennt sich aus. Ich find deinen Kopf klasse. Ja, der ist super. Getarnt als Roboter. Übrigens schön, die, genau, Teile einsammeln, ne? Die Sternchen. Natürlich. Das Ding ist halt einfach, ich kann fliegen. Das ist toll. Ja, dafür hab ich's leiden. Ich weiß auch noch nicht genau, was mir fliegen bringt, aber das werde ich noch rausfinden. Aber es ist toll, ja, ja. Einen Doppelsprung gab's ja auch noch. Richtig, richtig, richtig. Muss man da runter? Ja. Ja, ja. Ich seh nichts. Ja, es ist im Moment ein bisschen einfach für uns, weil ich vom Level her ja schon ein bisschen höher bin. Bisschen. Deshalb ein oder zwei Sachen ganz gut zerlegen kann. Stimmt, du rotzt ein bisschen mehr drauf als ich. Einer oben lang, einer unten. Ja. Hier ist ein... Ha, ich bin runtergefallen. Ja, hab ich gesehen. Sowas nennt sich fliegend. Hä, wieso klappt mein Doppelsprung nicht, wie ich will? Vielleicht hast du den deaktiviert? Ne, ne. Ah, bin da. Sehr schön. Bin oben. Ja, bin unten. Wenn unten irgendwas Spannendes ist, schrei. Schrei. Ja, mach ich. Nicht das Tokio Hotel, schrei, bitte. Ne, niemals. Zack, zack, zack. Ich lieg um die Hälfte treffe. Ja. Was denn? Musst du mir bessere Präzision besorgen. Ich kann fliegen, Alter. Ja, das macht's allerdings nicht besser. Ich kann im Fliegen rückwärts schießen, das ist sau geil. Voll praktisch, ja. Richtig lustig. Äh, komm ich jetzt hier nicht... Höh, muss runter zu dir, ne? Äh, nein. Kannst du auch weiter? Nö. Doch. Ach, da. Ja, so ein kleiner Schlitz in der Wand. Doch, richtig. Kaum gesehen. Den Fisch. Wo kann man nochmal Waffen wechseln? Weh. Ah ja, danke. Waffenwechsel ist eh überflüssig. Ne, ich brauch auch einen Raketenwerfer. Später, primary, kannst du alles wegkrotzen. Ach, jetzt bin ich ja blau und nicht mehr grün. Stimmt. Hab ich auch gerade so mehr. Hier und das ist ein Kopsding für dich? Ja, ich komm gerade nicht runter. Ja, dann wird das wahrscheinlich schon wechseln, bis du da bist. Vermutlich. Ah. Dann geh ich, bevor ich jetzt will, komm mal nach unten, weil hier gibt's noch ne Kiste. Musst du erst mal überlegen, wie ich Dings nehme. Dings? Ja, hi. Äh, 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 ne Bierflasche. Steuerung vergessen. Alter, bist du schnell. Ich hab doch Speed Up noch drin. Ja, ich merk's. Gucken, vielleicht hast du den Kopf noch da. Ne, er ist weg. Schade. Hätte ich mir fast gedenken können. Hättest du dir fast gedenken können? Ja. Ah, dreck. Kann man hier lang? Ne. Haut doch, du kennst wieder alle Wege. Ja, ist jetzt nicht so schwer. Ich bin jetzt auch ein, zweimal durchgekommen. Das Level gibt's so im Prinzip später nochmal. Aber das Spiel bleibt später auch so lustig, oder? Ich find's schon, ja. Sehr gute Sache. Du mit deinem komischen Schädel. Was damit, ey? Ich tarn mich einfach nur voll gut. Hier ist, äh, toll. Wow. Wow. Euer Gegner, was ist da los? Warte. Ach, der, ja, ja. Der ist neu. Hier, einmal das und einmal hier. Geil, Punkte. Richtig. Ja, ja, der ist neu, das. Die Teile kannst du auch zurückschlagen, aber die fliegen halt nicht einfach gerade zurück, sondern, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die explodieren halt. Ja, ja, ich seh's. Wie du einfach alles wegschießt. Was soll ich denn sonst machen? Ja, so ohne Punkt. Oh. Ah. Ich bin durch. Hab mich nicht getraut. Ah. Uah, aua. Ja, ist das Ding, ne? Ich mag den nicht. Checkfallen. Kriegst du nicht. Da muss hier so ein komisches Teil. Au. Miau. Ich bin viel schneller. Ich bin viel schneller. Leider geht's sogar mit der Geschwindigkeit. Wuh. Hey, jetzt hab ich den Speed up. Ja. Ist das gut, oder nicht? Ja. Alter, das war knapp. War nur überrascht, als ich auf einmal losgelaufen bin. Das war knapp. Besser als sonst. Achtung. Die Viecher nerven mich total. Fälsche. Der große. Hose für dich? Neue Hose. Yay. Ja. Der große Nerf wirklich. Wie ich denn nicht hochkomme. Uah. Bin schon wieder schneller. Ist doch gut. Ja. Ja, ich bin überrascht, wenn ich auf einmal losflitze. Ich komm hier nicht durch, warte. Ja, ja. Lass dir Zeit. Nimm dir Zeit, wenn ich das leben. Mein Spruch. Aber ja. Ich weiß. Ich will standardmäßig schneller laufen. Ich auch. Es nervt mich total, diese Geschwindigkeit. Übelst langsam. Ich bin immer gewöhnlich mit der Zeit dran. Und man kann toll sliden. Wow. Was denn? Wir sind so unfassbar gut. Ja, sowieso. Hast du was anderes erwartet? Eigentlich nicht, nein. Oh. Das war eng. Bei mir. Hier kommt jetzt der Bossfight gleich. Also, wenn wir hier durch sind. Wow. Lebst noch? Ja, aber... Hier, Bossfight. Halleluja. Der wird jetzt etwas schneller gehen als normal. Ist gefordert. Ja. Cool wie das. Wow, was ist los? Was ist das denn? Der Boss. Der geht jetzt allerdings etwas schneller down als normal halt. Das dachte ich fast. Lol. Das kassiert ja übelst. Ja, wir sind einfach gut. Du bist einfach krass OP. Ja, im Moment schon. Das ändert sich aber später auch noch. Außerdem brauche ich ja ganz gerne und ganz viel Scheiße. Das stimmt. Errungenschaft freigeschaltet. Der hat hat CO2-Ausstoß, richtig. Ja. Oh, irgendwie hast du ein paar Per-Punkte. Ein paar Per-Punkte? Ja, ja. Ein paar Per-Punkte. Ja, das wundert mich jetzt nicht so richtig. Mich auch nicht. Oh, ich habe jetzt Feenflügel statt Schwerterlingsflügel. Hast du auch schon das rosa Tütü? Nee. Oh. Aber ich brauche unbedingt, ich muss diese Flügel loswerden. Ich brauche dafür irgendwas Sinnvolles. Definitiv. Gesamtschaden, Geschwindigkeit, Gesundheit. Ah, ich will nicht so viel Gesundheit verlieren. Scheiß auf Gesundheit. Nee. Ich habe das rosa Tütü Stufe 29 wird das freigestaltet bei mir. Alter. Das kostet 32.000. Das rosa Tütü. Oh. WTR, was tun für Geräusche? Das bist du. Wie bitte? Ich schieße auf dich. Ach, du schießt. Hör auf damit. Das verstört mich. Das verstört mich sehr. Okay. Was willst du denn auch für Waffen? Flammenwerfer. Du machst sehr komische Geräusche. Ich schieße auf irgendwelche Raketenwerfer durch die Gegend. Geschwindigkeit minus 14% ist mir irgendwie zu viel. Ja. Verständlich. Ja, ne? Ich glaube, ich hole mir das rote Ding hier, oder? Holst du dir einfach? Ich kann es so nicht sagen. Ne, ich hole mir das wieder. So, die Flügel mussten einfach weg. Ja. Mit denen kam ich nicht klar. Die sind doch praktisch. Da unten können wir jetzt hin. Suche nach versteckten Beutekisten. Vollstück. Komm hinter mir her, mein Freund. Oder auch nicht. Doch, doch. Das ist wieder so ein... So ein Wellending? Jo. Glaube ich. Zumindest. Gerade. Kann hinkommen. Ja, ist es. Ja. Schlimme Level. Ne, ich finde die echt ganz lustig. Man kann ganz viele Punkte machen und so. Ja gut. Dass die das wieder gefällt, war klar. Ja. Na, Sucker. Toll. Was ist das Besseres? Eh. Komm her. Yay. Mehr Schaden. Yay. Kommt her, ihr Schweine. Alter, wie groß ist die Map? Ist ein bisschen länger als die letzte. Ja, ne? Ach, geht's noch. Stimmt. Kannst du übrigens zurückstoßen, dann kippen die um und dann kannst du draufrotzen. Ah. Zufällig zuletzt mal rausgefunden. Ich sag, wenn du mal irgendwas spielst, dann spielst du es immer richtig. Ja, wie auch sonst. Du füllst dann immer direkt alle Kniffe raus. Es war einfach das einzig Logische. Als ob ich das je rausgefunden hätte. Nein, du füllst dich nicht, das stimmt. Siehst du? Von rechts kommt irgendwie gar nichts. Was ist da los? Ja, kommt hier immer so ein bisschen seitengewechseln. Hier kommen sie jetzt gerade. Ja, die sind in mir gespawnt, also immer aus der Tür rausgekommen. Die Schweine. Können sie nur. Ganz viele Schrauben, genau. Sie sind wie die Schrauben eigentlich unabhängig voneinander. Äh, komm mal, wie viele hast du jetzt? Ne, kriegen wir nicht. Wir kriegen auch die Sterne zusammen, meine ich. Nicht mehr, wenn da Schrauben rumliegen. Kriegst du deinen Teil, ich mein Teil? Oder? Ne, dann sollen wir sie alle ein. Ja, wie viele Schrauben hast du denn? Wo sehe ich die denn? Steht oben unter dem X4. Äh, 4X. 2,8. Ah, ne, 2,4. 2,4, 3,3. Ja, genau, hab ich auch. Ja, hab ich auch. Also doch zusammen. 2,8 brauchen wir bis zum nächsten Stern. Ah, okay. So viel hab ich inzwischen rausgefunden. Ich hab jetzt, ja, hab ich. 2,8. 5,6 kommt jetzt als nächstes. Ah. Ah, immer 2,8 und dann immer 2,8 weiter, multipliziert oder? Ich weiß nicht, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Was ist sonst immer alles? Ich denk mal, hier wird's jetzt in 2,8er Schritten sein, weil das wird einfach passen, wie es später ist oder im Allgemeinen, weiß ich nicht. Ist mir aber auch egal, Hauptsache ich krieg's alles. Die Fliegedinger nerven mich. Warum? Weih nicht. Ich bin jetzt auch kein großer Freund von denen, aber es sind vertreten. Ich find die Krabbelnden toller. Kommt noch an welcher, ne? Wenn die an den Fliegenden toll findest, wenn die aus der Luft rotzt, das ist einfach, äh, es plästert so, es regnet so schön, äh, Muttern hier. Das stimmt. Aber du musst immer nach oben schießen, das nervt mich. Ja, das stimmt. Du brauchst auch eine relativ präzise Waffe, ansonsten ist es bei denen echt schwierig. Ja. Ich siehe Papiertütenfolge. Mhm. Ach, wie ist das? War sehr lustig bei dir, ja, ja, Krabbel. Ich komm nicht auf dich klar, Alter. Warum nicht? Mit deinem Hut. Ich find den super. Will dich immer abschießen. Was bringt denn der Hut eigentlich? Ach, weiß ich grad auch nicht. Ach, doch so viel. So, genau. Äh, Präzision ist erhöht, das weiß ich. Ähm, Schaden, glaub ich, um 38%, ne, ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und, äh, ja. Ich zieh weniger Agro von den Robotern. Du ziehst weniger Agro? Ja, sozusagen, denk ich mal. Also, der Effekt steht einfach nur dabei, ähm, äh, die Roboter behandeln dich etwas, sie erkennen zwar, dass du keiner von ihnen bist, aber sie behandeln dich etwas freundlicher. Wenn wir beide draufrotzen, wird's halt wirklich so sein, dass, äh, ich weniger Agro zwiebel, mehr oder minder. Ja. Ihhh, dicker. Roter. Ja. Da fragt grad einer, darf ich mitmachen? Ähm, kurzes Anmerken zu den Schrauben, sie verdoppeln sich, glaub ich, grad immer. Weil wir brauchen jetzt elf, zwei bis zum nächsten. Oder war das zum zweiten, das? Zum zweiten bis, äh, das dritte. Gammt das da gerade, oder? DTF, die nervt mich gerade. Ja, die Explosionsfall ist, äh, den kannst du auch zurückschlagen. Gammt das, äh, den kannst du auch zurückschlagen.